hallo söhnke er hat mir in die nächste burg oder turmburg turm mini turmburg bürger mal wieder junior bowser und die seine walzen scheiße bockt ja maga und hat mir wehgetan ich will mir den pilz da und ich weiß dass diese musik erinnert mich der band heranigma die geschlütze verfluchter fang es wird darauf hinauslaufen dass ich das ganze hier noch mal machen muss ich würde gerne auf die kiste hier machen ich habe ich den mit lois point habe ich den ich glaub schon hier wurde von das wäre ziemlich neues tatsächlich und wenn der riesen ding ist ach so natürlich meine herren hier ich gehe hier ich gehe hier ich gehe mega luck oh man so komm her du und tot da tot da tot hoch heiliger schrumpf oh banane ach so lieber nicht ouch und das nur weil ich das ding festgehalten habe oder wat holly shit da rein und dann da oben raus wahrscheinlich yep manno das ist echt konzentration hier ich rede mal wieder viel zu wenig das ist ein let's play und nicht ein let's halt's maul aber naja es ist schon schwer genug gut ich bin am arsch ein paar meter weiter oben wäre das ende gewesen aber ich habe es immer nicht hingekriegt tut mir leid es ist doof nur mit weniger als dem pilz das hinzukriegen das ist nun mal nicht so einfach kriegt das doch mal in euren dummen scheiß nein ich mag euch ohne euch wäre das ganze hier halb so witzig ich spiele zwar trotzdem gerne spiele aber sie mit anderen zu teilen ist trotzdem witzig holy crap das war auch knapp das war auch knapp heilige scheiße man das spiel bringt mich noch um meinen verstand und unter meinem cholesterinspiegel ach ich wusste es wie soll man das denn machen ey und wie soll ich jetzt den Bowser killen oh god muss doch irgendwo ein Pilz sein oder so und wieso kann man da hoch kommt man da hoch wenn man auf den drauf springt ach egal ich muss mich jetzt erst mal am Bowser hier sterben lassen und jetzt geh doch mal drauf du roden lieber vorsichtig als drauf gehen konzentration mann du roden da bam du Penis war ich gerade unter Strom ey naja bläh down is er oh noch ein Turm lädt mich ich hab's doch gesagt gibt's doch nicht es gab doch bis jetzt auch immer nur ein Turm naja immerhin ist das die vorletzte Welt Welt 6 nämlich also es gibt noch Welt 7 ist klar aber das ist auch eine Spezialwelt soll heißen da kommen wir nur hin wenn man ein Speziales Secret Exit für oh mein gott ist der fies der Block Testlevel sieht auch nicht so nett aus das war knapp ach verdammt jetzt seht ihr den Bildschirm nicht gut ich muss das erklären hier sind gerade Baumstämme die sich rollen es sei denn wir springen dann rollen sie sich nicht und schon sind wir wieder oben ach ne 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 ach so ne scheiße ich brauch mal ein Item man sonst kreppier ich hier bei jedem verfickten Mob also ihr verpasst nichts glaubt es mir und hol ich alle Münzen hol ich alle Münzen ja wir kriegen eine Blume cool wir haben eine Blume bekommen in dem wir alle roten Münzen gesammelt haben es ging nur geradeaus ihr habt echt nichts verpasst oh nicht schon wieder unten ja sorry ach hier sind auch wieder ne Baumstämme und hier ist ne Feuerblume jetzt haben wir einen auf Petto ihr seht das ja ach verfickter Huren scheiß ich hab vergessen zu springen und bin deshalb in so ne lila Grutze gefallen ist zwar doof dass ich das jetzt nicht auf dem Bildschirm hab aber was solls ey es wäre besser jetzt die Blume zu nehmen dann kriegen wir nämlich in dem Block auch ne Blume hallo ist klar aber sonst geht's euch gut oder was snappelt er mich perfekt ab der Sack sorry ist gleich vorbei aber da seht ihr wenigstens mal an den unteren Bildschirm ey ihr solltet euch was freuen hol ich alle Münzen und ich hole alle Münzen und es gibt ein Leben du lülül ist doch auch mal entspannt nicht zu sehen was oben abläuft oder nicht Abwechslung muss doch auch mal sein selbst in einem Let's Play was eigentlich voller Action ist und ich eigentlich voll der miserable Let's Player bin weil ich echt wenig zu sagen hab und ich zu witzig bin aber nur ja das ist nun mal meine Let's Play Art und damit sollte man sich entweder zufrieden geben oder mich nicht anschauen ey hier gibt's Coins oh mein Gott das war very knapp leck mich jetzt haben wir grad mal in Piranha reingesprungen und zwar in unserer Blume zurück danke auch nicht die die gab's auf Schulen bei Super Mario 64 sind die überhaupt Kälber? ja das Leben opfert sich was für eine Ironie das Leben opfert sich vor allem wie geil dieses Geräusch ist echt witzig kann man irgendwie falsch verstehen geht mal zum Zahnarzt die am Pissnaken der ist ja gemein der Block der soll denn genau in die Schlucht stürzen tja aber daraus wurde nichts das ist so nice ja Mario das ist so recht oh nein kein Bruder ach der geht jetzt woanders hin oder? ja gut wir machen hier einen Cut bevor die Port zu lang wird ich weiß nämlich nicht was sind die uns in dieser Welt erwartet bis gleich 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 bis gleich